Musik Zombie Vergessen wo Wo die Taschenlampe war Da schon mal nicht Ist ja egal Sonst kostet ja kein Strom oder sowas Aber ein Zombie Könnt jetzt mal so langsam wieder Charakter hochzustufen Na gut Spiel Punkt haben wir noch 2 Ich glaube das gefällt mir so Dem lässt sich mein Zombie nicht mehr reaktivieren Diesen Tod Timo ja 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 euer Tag Juno und Xai Irgendwas tolles mitgelebt heute Ja ich verstehe das manchmal auch nicht Das hatte ich beim letzten Mal ja auch schon Als sie gesagt hat mein Mikro ist aus Und ich mute es ja gar nicht mehr Und über Stream der geht nicht Weil es ist noch nicht aktiv Deswegen hat mich das gewundert Also da muss irgendwas in den Sound-Einstellungen von Windows nicht richtig laufen Immerhin nur Das kleine Problem Ne Ich glaube mein Zombie ist platt Richtig platt Hm Mit Zeit für neun Zombie Ey Ey What Ah ja von da sind wir gekommen ne Ich versuche mal die Brücke hier noch zu reparieren Muss ich ohne Zombie hier kämpfen Obwohl warte mal kann ich den nehmen Ne der ist nicht vollständig Mit Spießen GG Hey Wilken herzlichen Willkommen Schönen guten Abend Wie geht's dir? Oh nein Ich muss nicht beeilen Das ist nämlich das Spawn-Bereich von denen Reparieren Mit zwei Okay Okay Wir sind wieder beim Pedro Hier ist safe Hier ist ein Zombie Die bleiben liegen Das ist ja witzig Kann nur nix hier machen Tja Sehr schön Sehr schön Sehr schön Was meine Chemisch schlecht? Lauer nicht Das Bild vom Spiel scheiße gerade Weil man das nicht richtig anpassen konnte Seilbei gefunden Ich glaube das ist mein Monitor ist sehr geil War das auf 10 Hertz runtergestellt? Oder Zombie Wow Ich würde euch gerne übernehmen Aber ich darf nicht Fangen Gerne Ich kann immer nur einen mitnehmen Leider Ja War hier aber gar keine gute Reichweite Ich würde anscheinend kein Licht Werden wir das? Ja, die normale Knarre. Die verballert nicht so viel Munition. So, jetzt sind wir am Ausgangspunkt, wo wir schon am Anfang waren, ne? So, eigentlich haben wir jetzt hier oben die... Ah, nicht die ganzen Wegpunkte, mach die weg! Wie mach ich die Wegpunkte weg? Scheiße. Jetzt hab ich Wegpunkte eingezeichnet. Egal. Ey, ey, ey! Wie sind wir gekommen, ne? Hm. Mist. Mach das mal weg, ne? Bis gleich. Krieg mal hin, Klaude. Krieg mal hin. Außer es kommen gleich noch härteren zum Mist. Oh, da liegt noch was. Aber ich denk mal, je höher das Level... ...unso mehr werden wir auf fiesere treffen. Oh, oh. Mein armer Zombie. Du lebst ja noch. Hau doch in die richtige Richtung. ...seinen Helm haben. So. Kann ich irgendjemand mitnehmen? Nee, ne? Das ist doch doof, wenn ich nur ein Zombie haben kann. Ich dachte, ich kann mir so eine ganze Armee jetzt hier züchten. Das wär ja mal richtig nice gewesen. So, was ist die nächste Brücke? Wo bin ich überhaupt? Ach da. Bei meinen Markierungen. Ich gesetzt habe. Sehr gut. Komm, die Zombies können auch sich selber aufpassen. Was kann die denn jetzt hier? Hm. Hacking-Helm, sehr gut. Eigentlich habe ich schon genug davon, ne? Das kann ich hin. Okay, wo ist diese dumme Brücke? Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Die Markierungen rausfinden. Zwischeneinander. Ach, das war bei denen hier. Okay. Hä, bin ich doch gar nicht. Neue Anleitungen. Verteidigungsanlage, cool. Waffenwerkstatt. Ich bin noch nicht weg. Oh, die sind stärker. Pass auf, die kuscheln. Ich hätte das erste Video nicht gesehen, der Zombie. Ja, ist totgeil. Nein, nein. Geh weg, geh weg. Lass mich. Soll ich es auch mal treffen? Dornenpanzerung. Jetzt kann ich meinen eigenen Zombies gleich aufschaffen. Oder meinem Zombie. Nimm das doch. Verbündete zu richten, die im Kampf gefallen sind. Okay. Kann ich das jetzt nicht nehmen, weil es beschädigt ist, oder was? Nein. Soll erst mal das Ziel sein, von mir aus. Wir gehen mal weiter nach oben gucken. Nice. Müssen wir mal ein bisschen unterstützen, weil die haben alle Schussfahrten. Ja, ich habe nichts heute erlebt. Nichts Großartiges. Und den. Kommen sie auf jeden Fall um Wasser hier. Hier soll ich einen Unterschlupf errichten. Mache ich das auf der fiesen Seite hier oder... Wahrscheinlich, oder? Ich kann trinken. Damit kühle ich mich etwas runter. Okay, gut zu wissen. Mein Gott, ich werde jetzt aber richtig lästig hier. Da nimm mal den. Ich habe keine Kugeln mehr. 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 Vielen Dank.